so freunde was geht ab ich auf euch geht es gut heute wieder heute ist mein thema la cost sehr sehr gute marke oder kostet auf jeden fall eine richtig gute marke freunde ich weiß nicht feiert ihr la cost habt ihr schon mal la cost angezogen oder schon mal gesehen gibt einen daumen nach oben abonniert mein kanal ihr wisst alles la cost ist einfach eine richtig gute marke richtig gute marke und ihr müsst jetzt meine kommentare schreiben freunde ob also wenn ihr mal la cost t shirt ab freunde dann schickt mir mal privat irgendwo bei instagram oder sonst irgendwo ein foto also leicht ob ihr schon mal cost getragen hat oder gesehen haben und schreibt man die kommentare mit einem hashtag hashtag la cost hashtag la cost dass wir die la cost marke unterstützen ich krieg jetzt kein geld dafür nur einfach ich feier la cost und unterstützt zeigt sturm die läden hashtag la cost beste stadt überall wo es gibt reinfeld in freiburg überall cost beste ich sag wieder schon reingauern wir sehen uns natürlich wieder bis morgen und ja checkt auf jeden Fall la cost aus ist auf jeden Fall sehr sehr fresh auch vom t-shirt her steht mir oder freunde hammer also wieder schon reingauern bis morgen tschau tschau thema la cost